Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen, willkommen. Wir spielen Dead by Daylight und wir versuchen die Adapt Challenge. Ja, die Obsession ist nicht so cool. Ja, wir versuchen die Adapt Challenge. Und zwar mit Detective Chap. Ihr kennt ja das Spiel. Ich erkläre euch mal seine drei Talente. Wir hätten als erstes Tabs verdacht. Sobald ein Generator angeht, sehe ich für ein paar Sekunden in einem gewissen Umkreis andere Gens, Truhen und Totems. Da vorne ist er. Als... Was ist denn jetzt los? Es kommen ja nur so viele Skillchecks. Das zweite Talent von Detective Chap ist Beharrlichkeit. Wenn ich am Boden liege, kann ich schneller kriechen und mich zeitgleich erholen. Und das dritte Talent von Chap ist Observierung. Wenn ich im Terrorradius bin, ist mit Michael natürlich schwierig. Äh, bekomme ich Zähler auf dieses Talent und jeder normale Skillcheck ist dann ein großartiger Skillcheck. Okay, wir haben Ruin. Er stalkt mich. Okay. Was ist der denn hier? Ich bin gerettet. Ähm. Ich stehe jetzt hier und kann nichts tun. Oh mein Gott, war das knapp. Was hat drei? Das war genug weg, oder? Sicher? Erstmal lieber abhauen. Oh. Shit. Okay. Das sah gar nicht so schlecht aus, aber... Er ist kein Dauerständer, Micha. Das war gerade so meine Angst, als er mich getragen hat, dass er auf drei bleibt. Der Ruin. Was rennt der mir denn jetzt hinterher? Wow. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Warum? Das ist unfair. Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte, der... Ich war abgelenkt von dem Typ hier am Bagger. Ich dachte, der ist am Bagger. Wir geben noch nicht auf. Ich geh hier hinter. Hinten war doch eine, oder? Lass mich von ihr heilen. Jane geht hoffentlich retten. Ich hoffe, er stalkt uns jetzt nicht von irgendwo. Die Jane gejagt? Okay, wir müssen's versuchen. Er schien ja gerade weggelaufen zu sein. Ach, du Heiliger. Oh. Okay. Jane ist dort hinten. Er läuft Jane hinterher. Er ist zwar gerade auf drei. Heilen hilft gerade nicht, aber... Er ist ja irgendwann auch wieder runter. Von seinem hohen Ross, der Micha. Ich hatte einen Zähler auf Observierung und habe jetzt einen normalen Skillcheck. Wo ist er? Louis, steht er hier irgendwo und stalkt dich? Jane ist... Oh, nein, 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 nein. Louis! Ich bin schuld. Ja, das habe ich jetzt davon. Wir haben halt jetzt die ganzen Generatoren hier hinten, glaube ich. Es wird mir so leid, Yui. Das macht mich nur so wahnsinnig, wenn ich nicht weiß, wo der Dude ist. Ja, toll. Ich bin Hass. Er kann mich morien. Please don't. Ja, klar. Jetzt ist er auf drei. Äh, welcher Ausgang ist denn offen? Der hinter mir? Äh? Nee, hier. Gott, das hat gerade so getäuscht. Ich dachte, hier ist zu. Ich komme raus. Wir haben die Adapt Challenge geschafft. Ja, ich war gerade so verwirrt. Ich dachte, hä, das Tor ist doch zu. Aber das sah bloß so aus durch die komischen Säulen, die da am Ausgang stehen. Ihr merkt, ich spiele viel zu wenig DVD in letzter Zeit. Aber wir haben die Adapt Challenge geschafft. Ich habe halt auch nicht gerafft, dass er sie rausgeschlagen hat. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Es tut mir leid. Ähm, ja, cool. So läuft das. Wieder eine Adapt Challenge abgehakt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Heute Abend gibt es den Patch zu 99,5%. Das heißt, am Donnerstag spielen wir höchstwahrscheinlich mit der neuen Überlebenden. Ich freue mich drauf. Und bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Und einen schönen Tag euch noch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.